Hallo Leute, ich bin's Max Will und willkommen zurück zum nächsten Dark Looters Family Recap in der German Midweek League. Diesmal Woche 10, es ging gegen die Elite-Smoke-Gassen, wie ihr sehen könnt, haben wir einen Sieg eingefahren, der ja deutlich souveräner war, als er jetzt hier erstmal aussieht. Ein Stern nur, aber wir haben ja zum Ende hin noch ein bisschen was versucht, haben ein 11 vs. 11 gemacht, den durfte ich wieder machen, war aber ein ziemlich klägliches Fail diesmal und hatten dann noch zwei Dip-Fails, einfach aufgrund dessen, dass wir sehr viele Dinge noch umorganisiert haben, viele Angriffe noch hatten gegen Ende. Aber ja, insgesamt eine ziemlich starke Performance von uns, 3 zu 0, 10 vs. 10, sehr, sehr stark, auf jeden Fall da nochmal an der Stelle ans DLZ-10V10-Squad, das ja hauptsächlich hier, oder eigentlich fast komplett, sagen wir mal hauptsächlich, 10 vs. 10 macht. Wer war dabei? Ich selbst habe gespielt natürlich, René und Etzu haben auch gespielt. Wir hatten Epsilon aus DLY, DDBB war dabei, Bene, Tesseract auch aus DLY, Boom, Valentin Smithers war dabei, Teso, Wale als Neuner, Tony Mihawk, Hikari war dabei, Born-Verradler, Martin, der Tom, Vieto, Miraculix, Green, Jena, Stevo, Sascha, Kavada als Neuner und Jörg Karma. An der Stelle einmal eine kleine Vorwarnung, wird heute ein etwas längeres Recap, das hatten sich einige gewünscht, habe ich mir sagen lassen. Ich werde Timestamps ins Video, in die Videobeschreibung machen, so wie auch schon bei meinem Spartans Legacy Recap von gestern, falls ihr das gesehen habt. Das heißt, ihr könnt dann immer zu der jeweiligen Stelle springen, die euch interessiert. Wir fangen an mit 10 vs. 11, dann gibt es die 10 vs. 10s und dann noch die 9 vs. 9s hinterher. Ja, so, wir legen direkt los bei Base Nummer 1, die der Smithers sehr, sehr souverän zerstört hat, mit Yves Cechs Lieblingszaubern, nämlich Erdbeben und drei Golems. So, und zwar hat er das Ganze so gemacht, erstmal gab es zwei Gebäude, die man snipen konnte mit Bogies hier außen. Das, also, ja, erstmal schon mal zwei freie Prozente. Nimmt man natürlich immer gern mit als 10 vs. 11-Hitter, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Dann musste er sehr, sehr präzise hier seine Erdbeben setzen, genau auf den Adler. Die haben natürlich schön den Adler geschwächt, aber wichtig natürlich, ja, genau die Mauern hier aufgebrochen, dass seine Truppen ein sehr, sehr gutes Pathing zum Rathaus bekommen einfach. Dann gehen die Golems hier auf beiden Seiten rein, direkt mit ordentlich Bowler dahinter. Ihr seht, er hat gar nicht viele verschiedene Truppen, er hat einfach drei Golems, jede Menge Bowler und dann noch irgendwie ein paar Magier, eine Walküre mit am Start. Also, sehr, sehr einfache Armee. Die Base ist halt, ja, so aufgebaut, dass eine, ja, ich sag mal, so simple, aber dann sehr, sehr starke Armee in der Mitte hier die beste Arbeit einfach macht. Setzt jetzt alle Bowler, die er noch übrig hat und auch die Walküre in die Mitte. Die Walküre soll vorlaufen und eine Riesenbombe triggern. Das macht sie auch so ein bisschen, der Golemite hätte sie auch getriggert, aber das war einfach nur, um sicherzugehen, dass die Bowler nicht diese Bombe fressen, denn, wie ihr seht, hat er ja keinen Heal-Spell dabei und auch keinen Freeze. Deswegen, ja, diese Walküre einfach, damit die Bowler ein bisschen länger überleben beziehungsweise nicht in diese Bombe dort reinlaufen und dann Rathaus schon fast down durch die Bowler-Bounce. Es war sogar unlucky, dass es nicht durch die Bowler-Bounce es down ging, aber mit der Queen-Ability kein Problem für unseren Smithers. Diese Base zu zweiern. Auf der Zwei haben wir Teso mit einem sehr, sehr schönen, geduldigen Angriff. Nicht alles ganz glatt gelaufen hier, aber er hat sehr gut auf jeden Fall die Nerven behalten. Erstmal ist es Spam-Lalo. Wie ihr sehen könnt, ist der zweite Sweeper sehr weit weg. Die Air-Defenses stehen ganz gut für das Hund-Targeting. Und, ja, er hat vier Hunde dabei, hat ordentlich Luns natürlich am Start, 22 Stück an der Zahl und dann noch ein paar Larkis, aber nicht viele, um die Gebäude, die toten Gebäude dann wegzusnipen, sobald die Luns halt durch sind. Er hat natürlich jede Menge Lava-Pubs, die er bekommen wird, aufgrund der vier Hunde, die er eingesetzt hat. Ganz oft sieht man diese Angriffe mit weniger Hunden, mit zwei oder drei Hunden, aber Teso hier mit vier Hunden. Und, ja, wie ihr sehen könnt, war das natürlich auch eine sehr clevere Entscheidung. Ursprungsplan weiß ich gar nicht mehr, von wem der stammte, aber ist ja auch egal. So, er setzt die ganzen Larkis jedenfalls jetzt für den Cleanup der toten Gebäude. Der nächste Teil dauert jetzt ein bisschen, er wird gleich die Mauer hier aufbrechen und mit den Mauerbrechern sogar auch die Clanbook rauslocken. Wie ihr sehen könnt, geht die Clanbook-Range hier über diese Mauer hinaus. So, da kommt nämlich der Lava-Hund raus. Ziel war es jetzt, den Lava-Hund mit einem Babydrachen zu töten. Und jetzt hat Teso im Eifer des Gefechts, er hat zum Glück zwei Babydrachen dabei gehabt. Vergessen, dass sobald der Bogi stirbt, natürlich der Lava-Hund hier rüberfliegt auf die andere Seite. Aber das war das, was ich meinte, mit sehr gut die Nerven behalten. Er ist ganz geduldig geblieben hier. Es wurde sogar close mit der Zeit, dann ein bisschen später im Angriff. Aber ist ganz geduldig geblieben. Hat den Lava-Hund schulbuchmäßig mit dem Baby-Dragon zum Platzen gebracht. Dann den Poison-Spell, das ist natürlich immer ganz wichtig, den nicht zu setzen, bevor der Lava-Hund geplatzt ist, weil sonst der Lava-Hund wegfliegt und zum Beispiel in diese LA rein. Ja, und dann wurde schon knapp von der Zeit, deswegen den King sehr früh gezündet, um einfach den Damage dort zu maximieren, den der King macht. Queen lief kurz komisch, da haben wir alle ein bisschen Angst gehabt. Aber dann Teso mit der Queen-Ability, die Queen ging aufs Rathaus zum Glück und hat dann in der Phase, ja, das Rathaus platt gemacht. Und das war der Two-Star, sehr gut von Teso. Und auf der 3 haben wir einen weiteren alten DL-Member. Oh, das können wir jetzt falsch verstehen. Daniel, du verstehst es nicht falsch, ne? Ich meinte damit hier OG-DL, so Original Gangster und so, nicht alt vom Alter her. Und ja, jedenfalls DDBB mit dem Mörser-Trade. Erstmal nice Base-Design an der Stelle. Ich weiß nicht, ob D-Base aus Versehen selber gebaut war oder so. Jedenfalls der Mörser dort mit einem Bogey zu snipen, das ist natürlich sehr günstig. Da hat der Daniel bestimmt geschmunzelt, als das funktioniert hat. Dann ein paar Loons, die nicht mal gehastet werden mussten, um hier noch die ein oder andere Death rauszutraden. Und natürlich ein paar Gebäude freizumachen für Prozente. Das ist ja immer ganz, ganz wichtig beim 10v11. Hier hat er leider, glaube ich, die Loons irgendwie verdroppt auf den Mörser. Er wollte, glaube ich, den Bogey-Turm auch haben, aber nichtsdestotrotz ist er in der Lage, sehr schön Prozente erstmal zu sammeln, bevor sie überhaupt richtig losgeht. Da noch ein Bogey an die Bauhütte gesetzt, einen weiteren noch. Und ja, dann geht es so richtig los mit einem kleinen Testloon noch hier vor der Queen, um einfach sicherzustellen, dass dort keine schwarze Bombe ist, die ihn direkt einen Heiler kostet. Denn das wäre natürlich ziemlich unnötig und doof. Queen läuft jetzt hier rein in die Base. Wir sehen erstmal drei Bogeys. Ich weiß gar nicht, was hier in der Clan-Muck war. Diesen Angriff habe ich, weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon geguckt habe. Aber die Queen wird gleich den Body-Pull auf jeden Fall machen, sobald sie hier reinläuft. Wir haben noch einen Larki, der das Armeelager funneln sollte. Okay, das waren Lava-Hund und fünf Bogeys. Das ist auf jeden Fall easy, sich damit auseinanderzusetzen. Unglücklicherweise ist jetzt der Adler aktiviert. Das ist nicht so ganz ideal. Er hat schon natürlich einige Truppen verwendet für das Snipen der Prozente. Das weiß ich gar nicht, ob er das auf dem Schirm hatte, dass der Adler dann schon losgeht. Aber ist ja auch egal. Am Ende des Tages, die Queen war beim ersten Adlerschlag noch geraged. Und dann setzt er, oh, sehr, 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 ja, stark. Was wollte ich sagen? Nee, sehr, sehr, mir fällt das deutsche Wort gerade gar nicht ein. Sehr mutig auf jeden Fall, dass er dort so, so spät den Rage gesetzt hat, hat dann aber auch noch gezündet direkt. Ich bin jetzt wieder, bin wieder, bin wieder im Game. So manch anderer YouTuber hätte das rausgeschnitten, aber man kann es sich auch mal versprechen. Bei so vielen Angriffen, die wir uns heute angucken müssen, tja, das kann schon mal passieren. Die Bowler machen jedenfalls richtig schönen Schaden. Funnel hier die Queen zum Rathaus. Und ja, die Queen soll das Rathaus charge. Und die hat jetzt keine Ability mehr, aber der Inferno war ungefrackt über die Bowler-Bounces. Die Queen gönnt sich den im Rage. Wird dann nochmal ein bisschen hochgehealt, oder komplett wieder hochgehealt sogar von den Healern, die auch alle low Leben haben, weil die auch schon Adlerschlag einstecken mussten. Sehr, sehr cooler Angriff vom Daniel Swag Poison im 10v11. Unglaublich overpowered. Nein, aber Spaß beiseite. Sehr schöner Angriff. Wir haben Herrn Valentin mal wieder mit einem GML-Sixpack. Ja, krass auf jeden Fall. Hab ja schon gesagt, DLZ carried natürlich 10v10, weil was natürlich auch daran liegt, dass fast alle 10v10-Hitter, die wir dabei haben, hier in den GML-Kriegen DLZ-Member sind. Haben also, ich weiß gar nicht, ich glaub gar keinen alten DL-Member, der hier als 10v10-Spieler dabei ist. Die Leute, die wir von DL dabei haben, die sind eigentlich alle 10v11-Hitter, soweit ich das im Kopf habe. Aber nichtsdestotrotz, die machen das sehr, sehr gut. Ihr wisst es ja auch selber, wenn ihr so ab und zu aktuell mal die CWL-Invide verfolgt, DLZ wahrscheinlich mit War and Glory zusammen, aktuell mit dem stärksten 10v10-Game in Competitive Clash of Clans in 2017 im September. Und von daher ist das auch nicht so richtig doll überraschend, aber trotzdem immer wieder sehr cool, dass die so richtig Gas geben, auch in der GML. Und uns immer schön in Führung bringen, sodass wir als Elfer hinten raus dann, ja, nur noch solide dippen müssen oder ein paar Faxen machen können, so wie ich heute wieder mit dem 11v11-Attempt, der, ja, leider, wie schon gesagt, sehr kläglich war diesmal. Und nicht mal nah dran zu trippeln. Aber wir wollen uns auf Valis-Angriff konzentrieren, der den Inferno sich hier gönnt mit dem Suicide. Er hat jetzt dadurch auch noch sehr, sehr schönes Lalo-Pathing erzeugt. Er hat fünf Bogies, von denen die Queen sich noch zwei, glaube ich, gegönnt hat. Er hat aber keinen Poison-Spell dabei. Für Bogies brauchte das also nicht. Zwei Haste zum Anfang, den Rage auch eine sehr, ja, offensichtliche Stelle dort für den Rage. Das fiel ihm, glaube ich, leicht, die Zauber hier zusammenzustellen für diese Base. Hinter dem Inferno wird er jetzt gleich den Heal natürlich setzen und, ja, wie so oft bei Vale sieht natürlich der Lalo wunderbar aus. Da ist der letzte Rage. Er hat noch einen Haste, den er aber swaggen kann und das natürlich auch tut. Cooler Hit wie immer von Vale und einen können wir uns davon gleich noch angucken. Aber vorher gibt es erstmal den 10v10 von Boom, der natürlich auch zum DLZ-10v10-Team gehört. Der lenkt hier den Bogitum ab mit einem Barbaren. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Sehr cooler Touch auf jeden Fall. Mir gefällt es. Hat dann drei Luns gesetzt, um den Bogitum rauszuholen. Und ich glaube, die Kanone wollte er auch noch. Ja, wollte er auch noch. Bekommt er auch, oder? Bekommt er nicht? Nee, doch. Okay, bekommt er. Sehr gut. Hat dafür nicht mal einen Zauber benutzt. Also, sehr, sehr cool. Dadurch kann der Magier jetzt diese ganze Seite dort wegfunneln, so circa. Müsste jetzt auch außer Range von dem Mercer laufen. Nein, der Magier läuft Retarded Mode, aber ist auch okay. Der Mercer hat spät genug drauf geschossen. Oh, die Riesen, die machen ja richtig Schaden, Mensch. So ein Zehntel vom Magier leben. Okay, krass. Trotzdem sind wir alle froh, wenn die wieder raus sind aus den Bauhütten. Das ist einfach nur dämlich. Jedenfalls das im Krieg einzubauen. Die Queen geht jetzt rein in die Base, gönnt sich DLA. Und ja, guckt euch mal diesen Suicide Value an. Ich war zwar nicht dabei, als die Jungs von DLZ die Ten V-Tens geplant haben. Würde euch jetzt nicht überraschen, dass ich aktuell nicht so viel mit denen plane. Aber die haben sich bestimmt kringelig gelacht über den Suicide Value, den sie hier angeboten bekommen haben. Ja. Boom hat die Queen nicht gezündet. Vermutlich wollte er die Clanbook nicht rauslocken. Deswegen, ich habe das gerade gar nicht erzählt, aber deswegen habe ich die Clanbook gerade schon mal angeklickt, um das nochmal für mich selber zu verifizieren. Ich denke mal, das war der Gedanke dahinter. Denn für die Drachen ist es jetzt nicht so richtig relevant, ob noch ein Magierturm mehr steht oder nicht. Denn der macht ja gegen die Drachen nicht so viel aus. Deswegen hat Boom wahrscheinlich hier mit Absicht die Queen nicht gezündet, denke ich einfach mal. Ja, die Drachen gehen jetzt durch die Base durch. Hat jetzt noch natürlich so einen kleinen Lalo hier, Backend für die beiden L.A.s. Da kann man nicht einfach so mit den Drachen reingehen. Setzt dort den Wood-Zauber. Die Loons overwhelm sehr schön diese letzten beiden L.A.s. und dann ist die Base auch schon mehr oder weniger down. Ein Bogiturm steht noch. Der kann aber nicht vier Drachen aufhalten. Mögen sie noch so low am Leben sein. Cooler Hit auch von Boom. Boom nutzt gerne Drachen irgendwie. Boom sieht man oft mit Drachen. Und der dritte 10v10 für heute. Natürlich wieder von Wale. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass er ein 10v10 Sixpack hatte. Mit Queen New Org oder Queen Charge Drachen. Für mehr zehn Mauerbrecher. Da wird auf jeden Fall ein bisschen rumgechargt. Ja, Wale geht hier rein auf die Base Nummer 11. Funnelt die Queen mit einem Babydrachten. Kann sich dort direkt die erste L.A. gönnen. Ziel natürlich mit dem Charge hier mindestens drei L.A.s zu holen. Er hat einen Haste dabei. Also könnte es sein, dass er auf die letzte L.A. irgendwie noch vielleicht Loons hasten will oder wollte. Aber drei will er mindestens mal bekommen. Setzt den Rage jetzt. Ihr werdet sagen, hä, warum so weit außen? Ja, das ist natürlich für die Mauerbrecher auch noch mit. Die aber nicht so richtig gut funktioniert haben. Bisschen unlucky da mit der Bombe, die nicht irgendwie so richtig getriggert wurde. Ich weiß gar nicht, ob sie gescoutet wurde oder nicht. Ist jetzt halt sehr, sehr sparsam mit den weiteren Mauerbrechern. Ich glaube, er wollte nämlich drei Layer wahrscheinlich. Er wollte mit den ersten Mauerbrechern direkt zwei Layer aufbrechen. Wahrscheinlich. Er kann jetzt nur noch ein weiteres Layer öffnen. Deswegen muss er sich jetzt dann überlegen, wie er das macht. Die ganze Geschichte läuft aber ansonsten soweit erstmal gut. Der eine Babydrache verbessert noch ein bisschen das Pathing. Holst sogar dort zwei schwarze Bomben raus, wobei nur eine schwarze Bombe den Babydrachen erwischt. Die andere geht leider tatsächlich auf die Loons drauf. Das ist auch ein bisschen Pech dort für Wale an der Stelle. Er hat insofern das noch gut gerettet, als dass halt die Queen, die Mauerbrecher mit dem Rage dort so gut gesetzt war, und dass die dann doch noch zwei weitere Layer von Mauer aufgemacht haben, wo das nur noch vier Stück, glaube ich, waren, wenn ich es richtig gesehen habe. Dann sehen wir das übliche. King funnelt die Drachen. King vielleicht ein kleines bisschen zu spät. Hätte vielleicht die anderen beiden Drachen auch noch in die Mitte drücken können. Aber er hat trotzdem mehr als genug dort, um die Base auszuschalten. Die Heiler fliegen einmal durch die komplette Base, saugen noch eine rote Bombe auf, distracten auch ein bisschen, was durchaus hilfreich sein kann. Die Queen hat also alle vier LRs gewalkt. Der Haste wurde in der Mitte der Base gesetzt. Die Loons haben dort noch eine schwarze Bombe aufgesaugt. Der Rest des Angriffs ist einfach jetzt nur noch der King mit den Heilern. Der tankt nochmal schön alles weg, während die Drachen den Rest der Base aufsammeln. Wurde ein ziemlicher Overkill. Superhit von Vale. Auch da sehr geduldig geblieben. Und damit steigen wir ein ins 9v9. Und im 9v9 haben wir heute auch einige Angriffe, die wir uns angucken werden. Denn es gab einige sehr schöne auf jeden Fall. Trotzdem unsere 9er Performance diesen Krieg nicht gut war. Ich habe mir zwar keine Stats angeguckt, aber von dem, was ich so gesehen habe, können wir da auf jeden Fall nicht zufrieden sein und müssen uns definitiv zur nächsten Woche, wenn es gegen Beast Mode geht, wieder verbessern. Beast Mode ja aktuell gerade auch gut drauf. Wer es nicht gesehen hat, die haben gewonnen. Gegen wen haben die denn gewonnen? Gegen irgendeinen großen Clan haben die gewonnen gerade. Ich habe einen Screenshot gesehen, aber er wollte vergessen und habe vergessen oder so. Nein, ich weiß es nicht mehr, wer es war. Aber irgendeinen großen Clan haben die geschlagen. War es nicht PwC oder so? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Jedenfalls Beast Mode, unser nächster Gegner in der nächsten Woche. Und ja, da müssen wir uns insgesamt auf jeden Fall wieder steigern. Wissen wir aber auch, die 9er, wie gesagt, heute auch nicht ausgenommen. Die 11er, puh, ja, war auch nicht unser bester Krieg. Alle drei 11er hatten Fail. Zwei Dip Fails, wie gesagt, und ich hatte das 11v11 Fail. Aber ja, so ist es manchmal. War, wie gesagt, kein idealer Tag von uns heute. 10v10 hat einfach gecarried. Also wirklich nochmal dicker Shoutout dort ans DLZ 10v10 Squad, die es im Endeffekt, ja, so einen großen Vorsprung rausgearbeitet haben, dass wir das nicht mal mehr vergeigen konnten, trotz unserer, ja, spaßigen Ideen zum Ende des Krieges noch dort auf den 11 vs. 11 zu gehen. Obwohl, wir hatten uns, glaube ich, sogar einen, der spielt mit Perfect Dips. Dann haben wir aber einen Dip gefailt. Dann war es klar, dass wir 10er nicht clearen mit 11 vs. 11. Dann wollte ich es aber trotzdem machen. Und ja, so war nochmal die Geschichte dazu. Vielen Dank nochmal an René übrigens, muss ich an der Stelle nochmal sagen. René, falls du zuguckst, ich weiß gar nicht, ob René überhaupt YouTube-Videos guckt. Aber ansonsten kann es vielleicht jemand nochmal übermitteln. Oder ich sage es ihm auch selber nochmal, beziehungsweise habe es ihm schon gesagt. Vielen Dank an den René, dass der noch ganz kurzfristig sein Dip-Ziel umgestellt hat, nur um den zu sicherzustellen, dass wir gewinnen, dass ich den 11 vs. 11 machen konnte. Vielen, vielen Dank, sehr, sehr nett von dir. Ich weiß, er musste seine ganzen Truppen umbauen. Ich habe mich auf jeden Fall schlecht gefühlt, das kann ich definitiv ganz ehrlich hier so sagen. Aber ja, sehr cooler Teamgeist dort auf jeden Fall. Und vielen Dank nochmal, René, dass du das ermöglicht hast. Zwischendurch hat Miraculix schon seinen ganzen Angriff hier abgezogen. Queenwalk Lalo, sehr, sehr schön gemacht. Auch hier einige Mauern aufgebrochen. Das ist natürlich immer wichtig beim Queenwalk Lalo, damit es auch cool aussieht. Nein, Spaß beiseite. Sehr schöner Angriff von Miraculix, der die 12 rausgenommen hat für uns. Weiter geht es direkt auf der 14, wo Mr. Toast oder Jokama, wie manche auch sagen, sich auch ein Triple gegönnt hat mit einer sehr interessanten Armee. Ein Golem, aber elf Magier und dann der Rest Hawks, vermute mal auch Clanburg Hawks hier. Oder vielleicht Clanburg Bowler, keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Demnächst in diesem Kino ein Magier erstmal, der hier zwei Trash-Gebäude, zwei Armeelager rausgenommen hat. Der Minion funnelt auch. Wir haben noch einen Babydrachen, der sich oben nochmal ordentlich Trash gönnt. Und Clanburg leider ein Hund, aber wie ihr sehen könnt, ist die Queen rausgejumpt. Interessant, auch die Queen dort neben zwei Magiertürme zu stellen und was weiß ich, was da noch alles an Value ist. King war auch noch da irgendwie in der Ecke. Deswegen, weil die Queen rausgesprungen ist, konnte halt der King die Queen platt machen, obwohl seine eigene Queen halt am Lava-Hund festhing. Er hat sich Bowler in der Clanburg. Ja, sehr viel Value, wie gesagt, hier. Und jetzt, wenn ihr euch das anschaut, das Hawk-Pathing, was er erzeugt hat, sehr, sehr nice. Erst die Tesla-Farm wird natürlich nochmal ein bisschen eklig, die hier hinten irgendwie auf ihn wartet. Aber mit drei Heal-Spells sollte das möglich sein. Er braucht den ersten auch irgendwie erst kurz vor der Tesla-Farm, so ungefähr dort. Zweiten kann er dann dort setzen. Hat noch fünf Hawks in der Tasche. Die setzt er auch da auf die Tesla-Farm noch mit drauf. Queen in ihrer Ability. Sie geht sogar noch durch eine Mauer durch. Macht dort noch richtig Alarm in der Mitte der Base. Holt sogar fast noch den X-Bogen. Hätte die Skelly-Trap sie nicht abgelenkt, aber natürlich auch gut, die Skelly-Trap aus dem Weg zu räumen. Dann ist sie nicht später störend für die Hawks. Und der Yor-Karma hat ja noch einen Heal-Spell in der Tasche, den er aber auch swagen kann. Sehr schön. Gut gemacht. Sehr gut, sehr gut. Und das war es für Base Nummer 16. Nummer 14. Es geht weiter bei der Nummer 16, wo wir den coolen Account namens Strix Tenebrae immer wieder haben. Wahrscheinlich habe ich es auch falsch ausgesprochen und die ganzen Dark Looters lachen jetzt über mich. Aber das ist okay. Ich sage einfach Hikari. Denn das ist ein anderer Account und der Name ist deutlich leichter auszusprechen. Mit Queen Walk into Go Boho. 16 Hawks fürs Backend an der Stelle. Wir haben Magier, die ein bisschen funneln. Da ist wieder der Nächste. Ich komme nicht klar auf diese Riesen aus den Bauhütten. Ich weiß auch nicht. Muss man doch was machen. Ja, einfach warten an der Stelle. Ich weiß gar nicht, sind die in dem CWL-Match diese Woche noch aktiv, die Riesen? Ich habe gar keine Ahnung. Hoffentlich aber nicht. So, jedenfalls. Clanburg. Uh, ekelhafte Clanburg. Zwei Hexen. Da müssen die Poison auf jeden Fall sitzen. Aber sieht so aus, als wenn er das sehr, sehr gut gemacht hat. Ja, Hexen. Ich weiß nicht. Ich habe da immer so eine Phobie. Wenn die Hexen im Queen Walk rauskommen, da erinnere ich mich an ein, zwei Angriffe mit so ein bisschen verdroppten Poison. Die dann sehr, sehr eklig gefällt sind. Aber das hat der Hikari sehr, sehr gut gemacht hier. Ne, definitiv. Da kann man, das kann man nicht anders beschreiben. Ähm, hat schon die andere Seite komplett weggefundelt. Und dann ist der Golem am Start. Der King ist da. Und, äh, jetzt wird er gleich die Mauer aufbrechen. Er hat keinen Jump dabei. Das ist natürlich cool, weil dadurch hat er mehr, äh, Rage, beziehungsweise Heal Spells. Er hat neun Mauerbrecher, die halt hier, ähm, das Double Layer, äh, aufmachen sollen, dass die Truppen dort auch alle gut durchkommen. Queen holt sich erstmal schön den X-Bogen, äh, weg, bevor die anderen Truppen überhaupt, äh, da reingehen in die, in die ganze Geschichte. Ähm, dann, äh, schwingen die Truppen so ein bisschen nach außen. Aber er hat schon genug Value bekommen, als dass er jetzt nicht mit seinen Hawks anfangen könnte. Die Hawks von der 9-Uhr-Ecke aus, ähm, machen dort die Gebäude down. Das, äh, erste Pathring sieht cool aus. Ähm, Tesla Farm poppt jetzt Backend. Aber da ist es jetzt auf jeden Fall Money, dass der King mit den Heilern auf sich dort, ähm, erstmal, äh, den Gegner King rausnimmt, die Skellys rausnimmt und dann die Teslas noch schön untankt für die Hawks. Queen geht jetzt ein bisschen in die Mitte zurück von der Base, was nicht ganz ideal ist, ähm, aber der Heal Spell auf jeden Fall sehr, sehr gut gesetzt von, von Hikari. Ähm, Magiertürme gehen damit down. Die Queen clean die Clanburg, äh, und die Tesla Farm Backend. Ja, der King hat Gegner King überlebt und auch noch zwei Teslas getankt die ganze Zeit. Und, äh, ja, so wurden es hier, die drei Sterne, äh, von Hikari. Ähm, schöner Angriff auf jeden Fall auch dort. Dann haben wir auf der 17 den Born for Radler. Born to Rock. Äh, auch ein ganz cooler Accountname eigentlich. Also Born to Rock jetzt. Born for Radler weiß ich nicht, aber, äh, das wird auf jeden Fall King Tim feiern, falls er zuguckt. Tim, ne, das findest du bestimmt gut. Ähm, ja. Ja, er macht, äh, es immer gerne mit dieser Angriffstaktik, die, ähm, ja, viele ja nicht so richtig toll finden. Ich find die ganz cool eigentlich, ähm, wenn man, äh, als Rados 9 Basebuilder Basen baut, die da gegen, äh, easy fallen, ist man selber schuld. Irgendwo finde ich von daher, ähm, immer benutzen, wenn's geht, ist meine Meinung dazu. Wenn man dadurch ein easy Triple holen kann, in den Competitive kriegen. Ganz ehrlich, wir planen so viele Angriffe, wir planen so lange und, und, und ausgiebig manche, äh, Queen Charges oder manche Lalos. Ähm, äh, äh, wenn man da mal easy eine Base sich wegsnacken kann, irgendwie mit, äh, mit, äh, mit Bewitch hier oder mit Witch Slap. Äh, warum denn nicht, ne? Also ich hab da absolut nix gegen. Guck mir das auch gern mal an, ganz ehrlich, im Vergleich, äh, im Gegensatz zu manchen anderen, die da sagen, oh, nö, da schalte ich weg oder da mach ich jetzt drei Minuten was anderes, bis der Angriff dann endlich vorbei ist. Ähm, ich find das gar nicht so schlimm. Ich find das, äh, äh, es ist eine, eine ganz nette Geschichte, das ab und zu mal zu machen. Klar, auch nicht nur, aber ich hab ja auch letzte Saison mal CWL Rising gespielt und, ähm, ja, da sind das teilweise 90% der Rados 9 Angriffe. Von daher, äh, in den Invite oder auf dem, äh, da wo ich jetzt spiele, sieht man's nicht so oft. Von daher, warum nicht? Mal zwischendurch die ganze Geschichte sich auch angucken. Und in dem Fall, ähm, sehr easy gemacht. Sehr schöner Angriff von unserem Born for Radler. Weiter geht es auf der Nummer 21, wo wir den Martin haben, damit sie auch schon beim vorletzten Angriff für das heutige Recap, hat es ja angesagt, ähm, etwas längeres Recap. Haben sich einige gewünscht offensichtlich. Und, äh, dann möchte ich diesem Wunsch natürlich auch nachkommen, ähm, ganz klar. Äh, das geht ja immer vor. Der Martin, äh, geht rein mit zwei Golems, äh, vor der Queen. Äh, zieht natürlich hier die gegnerische Clanburg auszuschalten. Ähm, den King. Und, äh, auf jeden Fall auch zu funneln. Er hat dann noch einen weiteren Golem mit dabei. Da ist der dritte Golem. Ähm, also ist die Stoned Hobo Armee, aber nicht so angewendet, wie man's normalerweise oft sieht. Oft sieht man ja so einen richtig weiten Spread irgendwie, wo, ähm, die halbe Seite der Base komplett irgendwie gefunnelt wird. Er hat noch zwei Loons, die hier den Funnel unterstützen sollen. Die sterben aber leider beide am Magiaturm. Doch die Bowler-Bounces, ähm, ja, sorgen dann dafür, dass das funktioniert. Ähm, Queen und drei Bowler ziehen rein. Das soll genug sein, um die Mitte dieser Base auszuschalten. King-Ability, äh, direkt nach der Riesenbombe gezündet. Sehr, sehr gutes Timing der King-Ability. Und dann legt er hier los mit den Hawks vor seinen Helden her, während die natürlich noch schön tanken. Das sieht sehr, sehr gut aus. Der King öffnet die nächste Mauer. Äh, langsam aber sicher gehen die dort durch die Helden. Und werden jetzt noch, äh, ja, schön weiter tanken. Noch eine Riesenbombe triggern, den X-Bow noch rausnehmen. Und er hat immer noch ein Heel dabei und sechs Hawks, die er noch setzen kann. Ähm, damit wartet er noch ein bisschen. Die würde wahrscheinlich dann so auf zwölf Uhr droppen, denke ich mal. Genau, da kommen sie auch. Und genau da kommt auch der Heel, da wo er ihn gebraucht hat. Sehr viele Pointe von der Stelle, deswegen auf jeden Fall wichtig, den Heel da zu setzen. Und die Hawks sind in der Lage, dieses einen Teil der Base auch auszuschalten. Die Bauleiche unten, die machen immer noch Schaden. Der beschädigt dort sehr stark den Magierturm. Ähm, er hat noch drei Hawks übrig. Die Queen gönnt sich sogar noch den Boogie-Turm. Hat noch ihre Ability. Er wartet noch mit der Ability. Ähm, die drei Hawks, die noch übrig sind, gehen jetzt auf die Kanone. Ach, da oben kommt ja auch noch eins mit dazu. Er hat noch einen Minion, um den Magierturm noch abzulenken oder zu beschädigen. Das Minion holt hier fast den Magierturm. Und jetzt das 10-HP-Hawk gegen den Magierturm. Und den Magierturm gewinnt, aber Queen ist noch am Leben. Wie gesagt, holt sich den Magierturm. Und dann ist auch das das Triple für den Martin. Und damit sind wir beim letzten Angriff fürs heutige Recap. Ja, your karma mit dem Sixpack. Ähm, ihr wisst ja, dass ich normalerweise, äh, nicht zwei Angriffe, äh, vom selben Spieler zeige. Auf Rathos 9. Aber wie gesagt, heute ja das Spezial-Recap gegen die Elite-Smokers. Und, ähm, warum nicht? Äh, das war auch ein Fresh-Hit. Also kann man sich den auch gepflegt mal angucken. Die werden die Base bestimmt sowieso nicht wiederverwenden, wenn die Fresh gefallen ist. Und, ähm, von daher. Ja, gucken wir uns mal an, was, äh, your karma hier gemacht hat. Äh, geht direkt rein mit dem Golem, den Bowlern. Die Magier am Rathos. Ich hätte jetzt ein bisschen Angst, dass die zu langsam fanneln und die Truppen vielleicht nach Richtung Außen ziehen. Aber, äh, offensichtlich, äh, passiert das auch. Ah, Mist. Vier seiner Bowler laufen. Die Queen läuft auch. Ähm, jetzt muss er den King halt, genau, er zündet den King. Ähm, hält dort, äh, somit die gegnerische Clownbook lange genug im Double Poison. Der Babydrache sollte auch genug Schaden genommen haben, eigentlich, dass er stirbt. Ja, das sieht sehr gut aus. Ähm, Babydrache geht down. Queen, die hier also um die Base rumläuft, holt noch ein paar Deaths, äh, eliminiert dort, würde ich sagen, einfach ein paar, ähm, Sprungfallen-Locations. Äh, ist natürlich dann auch wieder gut für die Hawks im weiteren Teil dieses Angriffs. Kommt jetzt hier mit den Hawks rein. Von 4 Uhr und 5 Uhr. Ähm, das Pathing, was er jetzt hat, ist, sobald der Sweeper gleich down ist, dort eigentlich ziemlich gut. Gut, interessante Riesenbombe dort auf jeden Fall auch. Ähm, zwei Heal Spells für den Rest dieser Base. Wartet sehr lange mit dem ersten, setzt den dann über den ersten, äh, beziehungsweise zweiten und dritten Magiaturm. Äh, der erste Magiaturm ist ja schon durch seinen Opener natürlich gefallen. Ähm, da ist die Riesenbombe, da ist der Bombtower, der Magiaturm, da setzt er den zweiten Heal. Und danach sind die Deaths in dieser Base natürlich auch schon wieder down. Das Einzige, was noch stört, ist der Gegner-King, aber die Hawks, äh, sind sehr schön, versammeln sich dort, ähm, wo der Gegner-King sie dann, äh, gejagt hat. Und sind sehr easy in der Lage, den im Endeffekt dann auch auszuschalten. Ja, das Sixpack von Jorkhammer, äh, auf Rathaus 9 diesmal. Ähm, wobei er ja in der DL-Family sowieso nur 9er spielt. Ich weiß gar nicht, ob er seinen 10er noch spielt aktuell. Müsste ich ihn mal fragen, aber ist ja auch egal. Ja, das war's fürs, fürs Recap für heute. 3 zu 0, 10 v 10, sehr, sehr stark, wie gesagt, auf Rathaus 10. Die Elite-Smokers, ich weiß auch nicht, die haben, äh, auf Rathaus 10-Ebene nichts zustande bekommen. Aber das kommt ja, äh, kommt ja auch mal vor. Wir hatten, denke ich, auch ganz gute Basen. Ähm, drei Dip-Fails für uns, beziehungsweise zwei Dip-Fails, ein 11 vs. 11-Fail. Nur ein Dip-Fail für sie, aber wie gesagt, 10 v 10 hat dort so einen großen Vorsprung für uns rausgeholt, dass, ähm, das trotzdem gereicht hat. Ich hätte natürlich auch noch dippen können mit meinem Angriff, dann hätten wir noch ein 10er mehr weggehabt und hätten ein Stern mehr gehabt. Aber, so ist es halt mal, wir hatten gewonnen, deswegen wurde mir dort die Erlaubnis gegeben. Letztes Mal hat es ja auch geklappt in der GML mit dem 11 vs. 11 Triple. Diesmal leider nicht, aber, ähm, ja. Ja, insgesamt eine, denke ich, ausreichende Performance des Teams heute hat gereicht, um zu gewinnen. Äh, wie gesagt, auf Rathaus 9, auf Rathaus 11 müssen wir uns verbessern. Wissen wir aber auch, werden wir machen dann nächste Woche für Beast Mode. Äh, ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Heute das extra lange Recap. Wow, wir haben fast 30 Minuten, ähm, äh, uns angeguckt. Aber, ja, wie gesagt, äh, kann man ja auch mal zwischendurch einbauen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und bis dann. Tschüss und bis dann.